Herzlich willkommen zu einer neuen Immobilie bei der R&G. Zeit für Neues. Wir sind hier heute in Hagen-Ems, also der besten Wohngegend von Hagen, an einem wunderschönen Einfamilienhaus mit einiger Wohnung. Wir haben 173 Quadratmeter reine Wohnfläche, aufgeteilt auf zwei Ebenen. Der Vorteil ist, ihr habt eine Einigerwohnung, die ihr entweder separat vermieten könnt oder eure Freunde und Angehörige unterbringen könnt. Wir haben insgesamt sechs Zimmer und einen riesengroßen Wohn- und Essbereich, der sowohl mit einem Balkon als auch einem eigenen Terrassenbereich ausgestattet ist. 850 Quadratmeter Grundstücksfläche haben wir, die in zwei Teilflächen aufgeteilt sind. Wer also auf der Suche ist nach einem Einfamilienhaus mit einiger Wohnung, großem botanischen Grundstück, Vermietbarkeitoption und bester Lage, also Hagen-Ems ist, der schaut sich diese Immobilie mit mir live vor Ort an. Das Ganze gibt es für einen Preis von 500.000 Euro und vielleicht sehen wir uns bald auf einer Live-Besichtigung hier vor Ort. Macht's gut, euer Immo Vogt.